Das ist die Mauspfeife. Hier ist vorne ein Silikonschlauch drauf. Der ist nur gedacht im Winter, wenn es kalt ist und man tut es an die Lippen führen, dass man ein bisschen mehr Gefühl hat. Man schiebt das Ding unter die Oberlippe und haucht dann diese hastigen Laute der Maus hinein. Keinesfalls so, so macht keine Maus, nur so. Ein Klang so echt wie die Natur. Holz- und platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Locker Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Stadttele H else. Dankeschön. Entschuldigung. Die Schmerz- und Kirsch- 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 im